Richtig kalt. Fünf Grad vielleicht. Fünf Grad, sechs Grad. Angebrochene, eingemachte, eingekochte. Da vorne ist 20 Meter Luftlinien, Hexenplatz. Und ich habe im April 2014 Lachen draußen im Wald gehört, mitten in der Nacht. So zehn Mal hintereinander. Und dann habe ich gesagt, beim 11. Mal gehe ich jetzt raus und gucke, was da los ist. Und dann war aber nach dem zehnten Mal war nichts mehr. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt? Also das wird ja irgendeinen Grund haben. Dann habe ich in der nächsten Nacht draußen übernachtet, genau an der Stelle. Aber es war nichts mehr. Und ich habe dieses Lachen auch nie wieder gehört. Da kann man sich auch seine Gedanken drüber machen. So. Es gibt komische Sachen in der Natur. Es war böse gesonnen, bedrohlich oder böse. Spooky. Vor allem, wenn man alleine ist. Also unheimliche Gabel. Wie kann das sein? Ja, da kann man lange spekulieren. Ich habe es bis heute nicht erkannt.